Wenn ich ihn umgelegt habe, also außer Gefecht gesetzt habe. Kriege ich ihn hier ja nirgendwo weg. Aber vielleicht ist da drin ne Kiste. Ich probiere es einfach mal. So, wo kann ich den jetzt hinziehen? Oh. 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 Oh Scheiße, ich habe vergessen, ihm den Rest zu geben. Oh. Nein, nicht töten du Blödmann. Oh, ist der doof. Hm. Achso, jetzt brauche ich halt nen Schlüssel dafür. Was hat? Ach kacke, den wollte ich doch nicht töten. Ich hoffe, dass hier nirgendwo keiner kommt. Ach, Mist. So, ist hier nirgendwo ein Schrank. Na ja, sowieso ne Dreckstür. Ach kacke. Das ärgert mich schon wieder. Hier ist vergiften. Dort nehmen wir wieder mit, mein schönes Essen. Hä? War hier nicht was? Wieso sind das jetzt ja draußen? Achso, ich muss die ganzen Verstecker untersuchen. Wahrscheinlich. Gut, dann geh ich mal hoch. Ich renne hier einfach rum. Ich weiß gar nicht, ob hier oben rein ist. Bügeleisen. Demnächst ziehe ich den Bügeleisen über den Kopf. Hier waren die Türen. gut, also sind wir hier. schon mal falsch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe gut, ich hoffe, dass die hier nicht runterkommen werden weil ich finde hier nirgendwo ein Versteck das Gute ist, dass ich jetzt Klamotten an habe wenigstens da unten ist irgendwas oh, da komme ich da unten irgendwie runter habe ich was übersehen wo komme ich hier hin, ah, ich komme hier auch raus komm, ich habe nirgendwo rein, hä? hmm what's that? zum verstecken ist das laufe ich hier immer im kreis, aber ich komme da einfach nicht hin, wo ich hin will kann ich hier durch? ne, hier komme ich auch nicht durch Fahrzeug kann ich da nehmen? hmm ah, hier komme ich hoch hm 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 was ist mit dem locus? irgendetwas übersehe ich hier wahrscheinlich irgendwie in Ruhr oder irgendetwas zum hochklettern hm hm da haben sie den Eingang aber gut versteckt hier da haben sie den Eingang aber gut versteckt hier da muss ich über der Zeil darüber kommen? da ich probiere es einfach mal aus mehr mehr wie falsch sein kann das ja nicht ach bin ich doof wieso hat er mich jetzt entdeckt? was soll denn der kack soll denn der kack ist ja irgendwie muss ich da runter kommen? irgendwie muss ich da runter kommen ja hab ich Rattengift? ja Rattengift hab ich doch ne? natürlich nicht ooooooh weil der trinkt und davon der Wasserflasche essen tut er auch essen tut er auch ach ich werd einfach ich werd einfach ich werd einfach am besten allen beiden am besten allen beiden wieso geht das nicht? hau doch zu uuuuuh menscheskinnel aber die haben auch schon wieder andere uniform an achso ist die gleiche verkleidung achso wie könnte ich die wieder weglegen jetzt? wegschmeißen? ich will nicht mit der Waffe rumrennen so ich hätte ich auch rumlaufen können kacke ich hab ich doch schon gestanden na das war ja nur wieder ein satz mit x ach jetzt habe ich sie vergeschmissen ok ich weiß ich gar nicht wie getastet das war aber nur sag nicht dass ich hier hätte hochkommen können oh Gott aber trotzdem wie komme ich dann denn jetzt hin? hier vielleicht? hier auf母on hier wo sind ja hier 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 Er ist ein großer Banker heute. Mhm. Na, an den komm ich bestimmt nicht vorbei. Da fehlt mir wieder was. Ja, find ich auch. Oh. Mensch, Typ! Ja, haben die nun die gleiche Uniform an, oder nicht? Mhm. Mhm. Ja, ich bin momentan wieder ein bisschen sehr leise, ne? Okay, die anderen sind da. Okay, ich glaube, ich muss... Irgendwie muss ich die mal ablenken. Ich glaube, wenn die sich verziehen, werde ich mich da nochmal hinstellen mit einer Dose schmeißen. Vielleicht kommt von den beiden eine. Ähm... Ja, natürlich nicht. Aber wenn ich die da hinschmeiße... Jetzt sieht der andere dort ja. Ich glaube, da muss ich das doch mit diesen beiden machen. Wolltöten will ich sie ja nicht. Hier komme ich nicht rein. Aber hier kann ich mich drin verstecken. Cool. Wenn sie vorbei gegangen sind, kann ich mich rausschleichen. Dann Chanel. Seht ihr nur lauter zu, du Penne? Oh, ich komme ja hier nirgendwo rein. Aus anderen Worten, bin ich jetzt einmal nur im Kreis gelaufen, oder was? Ah, ist ja geil. Was ist denn hier drin? Da komme ich wie der Bus hoch. Wie habe ich denn da umgelegt? Ach, hier sind wir. Ach, hier sind wir. Ich schätze einmal, ich muss doch die beiden da erledigen, weil dann kriege ich wahrscheinlich den Schlüssel. Oder die beiden da. Ah, da war hier. Hier komme ich rein. Ich warte lieber noch einmal, bis er einmal hin und her geht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt loslatsche. Wisst ihr? Spiii. Puh. Soll ich dann noch was fallen lassen? Außer die Waffe? Nein. Gut, habe ich gelesen. Schauen sie sich Leute in und um die Slums an. Mal, dass du keine anderen Sorgen. Mal, wo soll ich denn noch alles machen? Mal, ich will das durchgehen. Mal, was kommt denn? Mal, was kommt denn? Mal, was kommt denn da nicht? Mal, was kommt denn da hin? Wir sehen uns.